Moin Moin, Willkommen bei Nerdtakes on Tour. Ich bin's Dennis. Ich bin heute in Berlin. Talent 2018 wurde ich eingeladen. Danke an die Telekom. Aber da werden gleich 40 Blogger da sein, Influencer und der Kameramann Professor Sipi. Danke an dein Support und ich würde sagen, los geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hi, mein Name ist Silja. Ich bin hier, weil ich sehr stark an Technik interessiert bin. Ich bin ehrlich gesagt nicht so die typische Instagramerin, Posterin, dies was anderes. Ich schaue einfach mal, was sich jetzt hier ergibt und hoffe es wird einfach eine schöne Zeit mit deinen Leuten. Falls ihr trotzdem vorbeischauen wollt, auf Instagram heiße ich cc.airway. Hey, ich bin Alex vom Kanal. Gut, Mensch, so fange ich immer meine Videos an. Bei mir geht es um Nachhaltigkeit und Soziales. Was hat das Ganze jetzt hier mit Technik zu tun? Naja, eigentlich recht viel. Wir können sehr viel von unserer Technik eben dazu nutzen, um unser aller Leben besser zu machen, um anderen Leuten zu helfen, aber auch um bestimmte Schwierigkeiten, die wir haben, zu lösen und mal gucken, ob ich das hier heute auch finden werde. Ich glaube schon. Hi, ich bin Rona. Ich komme aus Stuttgart. Ich bin eigentlich viel in Richtung Journalismus unterwegs. Man findet mich aber auch im Internet unter DIYRona, also D-I-Y und dann Rona. Und ich bin hier, weil ich ein bisschen mehr Technik in meinem Journalisten-Ding haben möchte, dass ich da ein bisschen mehr mit dem Zahn der Zeit gehe. Hi Leute, ich bin der Max. Ich bin Schauspieler und heute auch hier in Berlin. Ja, die Frage warum. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Event. Ich interessiere mich auch ein bisschen für Technik. Ich verfolge Instagram seit ein paar Monaten, habe schon viele Events miterleben dürfen, freue mich über jedes Weitere und bin gespannt, was mich noch erwartet. Viel Spaß bei dem Video hier. Schaut es euch zum Ende an und Wärmung schalten und kommentieren und alles andere auch. Gut so? Ja. Für die Wissenschaft. Ich bin mit Füßen. Oh, das ist ja. Ich bin mit einer blauen Traufe. Dann haben wir eine weißige Garnaschpraline mit Silb. bei bestd moim нормально mit Institutjob. Auch geh cohort nerven. Bei Wählen auf den Tränen sitzen Marvel-Ding auf den Spitzen spellen. In the Chamber-Ding-In Palen sind alle Biöse und ihre Zähne die Typen. Gericht hält, wie man redigst wird. Was es auch bei refrigerieren? All dieículo-Ding-P Ich bin mit Garnaschpraline mit Regen. Ich remote die ник-Fragen von Programmen. Und ich bin sch slog mia, Ich weiß nicht, wie es sein kann. Die Hände sind sehr stark. Die Hände sind sehr stark. Die Hände sind sehr stark. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017